Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Im DLRG Bildungszentrum in Lehmen stand vor kurzem eine ganz besondere Weinprobe auf dem Programm. Aus 23 verschiedenen Rieslingweinen der Untermusel sollte der Sparkassenriesling 2014 ermittelt werden. 13 Jurymitglieder, darunter Landrat Dr. Alexander Saftig, sollten innerhalb der Ranglistenprobe ihre Punkte vergeben. Der Wein mit den meisten Punkten wird im Anschluss zum Sparkassenriesling 2014 gekürt. Wir sind stolz auf unsere Erzeugnisse, wir sind stolz auf unsere Winzer. Und die Kombination zwischen Tourismus und Wein ist einfach ideal, idealtypisch, vor allen Dingen hier an der Terrassenmosel. Und wenn man dann sagen kann, und das ist genau das I-Tüpfelchen, was wir der Meinung sind, herausgefunden zu haben, dann ist das, womit man werben kann, das wollen wir gerne tun. In der dritten Runde der Probe, dem Finale, wurde dann das endgültige Urteil gefällt. Hierbei schaffte es der Hatzenporter Kirchberg-Riesling-Hochgewächs-Lieblich des Brunnenhofes Ibald aus Hatzenport auf den ersten Platz und holte somit den Titel Sparkassenriesling 2014. Der Gewinnerwein lebt davon, dass 500 Flaschen von der Kreissparkasse erworben werden und dann als Esswein des Jahres, also Sparkassenwein des Jahres von der Kreissparkasse in Mayen verteilt werden, gemeinsam zu Geschenken gemacht werden. Das heißt, wir wollen hiermit Werbung machen. Werbung für unsere Region, für unseren Wein, für unsere Winzer. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017